Was geht YouTube Trades is back? 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 Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Call of Duty Black Ops 3 Was geht YouTube Trades is back? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal Es ist echt, 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 echt lange her, dass ich diese Anmoderation benutzt habe, um ein Video zu machen Ja, da bin ich wieder Ja, einige denken sich jetzt bestimmt, ach nee, Digga Und andere denken sich jetzt bestimmt, cool, der ist wieder da, der Typ Ist mir egal, was von beiden ihr jetzt davon nimmt Ja, wie soll ich sagen, ich habe wieder Bock, Videos zu machen Und es ist viel, viel, viel passiert in der Zeit, wo ich keine Videos gemacht habe Ich habe nämlich hauptsächlich auf Twitch gestreamt Und das sehr, sehr aktiv Denn ich habe nämlich den Februar, März, April, Mai komplett durchgestreamt Jeden Tag, jeden Morgen, ab 8 Uhr Und das war eine echt, echt coole Zeit, muss ich sagen Und wir haben auch wirklich schon was erreichen können auf Twitch Wir haben 60 bis 70 Viewer manchmal gehabt Und ja, so im Durchschnitt waren es 40 aber Und es war echt ein gutes Gefühl, mal wieder so mit Leuten, die man eigentlich quasi gar nicht kennt Zu interagieren und so Und ich habe einfach Bock, wieder Videos zu machen Weil einfach dieses Feedback von den Leuten Dieses Gefühl einfach Es macht einfach Bock auch, Videos zu schneiden und so Das meine ich halt auch, ne? Und ich habe einfach Bock, wieder Videos zu machen Ich weiß nicht, wie aktiv ich das schaffen werde Wie regelmäßig die Videos kommen Denn ich habe jetzt auch schon wieder 14 Tage nicht gestreamt Weil ich hier halt einfach jetzt momentan viel zu tun hatte Ähm, ich versuche den Dezember so als Yo Da, ab da startest du wieder mit dem ganzen Stuff Ähm, zu machen Ähm, zu nehmen Und ähm Ja Was für Videos kommen hier? Natürlich hauptsächlich COD und Gaming Videos Ob ich jetzt Teile aus dem Stream nehmen werde Oder Ob ich mich wirklich hier wieder hinsetze Und Videos einfach so kommentiere Das weiß ich noch nicht Ich denke mal, es wird eine Mischung aus beidem sein Und Ich glaube auch Ich weiß nicht, das mit Facecam Ich finde das irgendwie weird manchmal Ich weiß nicht, ich finde So auf YouTube Ist Facecam so ein bisschen Näh Aber auf Twitch ist es wieder geil Ich weiß nicht Lasst es mich in den Kommentaren wissen Sollte auch nur ein kurzes Infovideo sein Wo ich halt sage Yo, es geht wieder los Ich habe wieder Bock Schaut auch gerne bei Twitch vorbei Wirklich Ähm, der Link ist ganz oben unten in der Beschreibung Und Ja, was soll ich sonst noch sagen Ich hoffe Es wird eine coole Zeit Und Danke fürs Zuschauen Haut rein Und ciao Und natürlich wird das Video nächstes Mal in 1080p sein Nur ich, der Papst, vergessen Tschüssi 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 Tschüssi